Xbox 360 Golfer erwartet dieses Jahr ein leicht verändertes Zielsystem, bei dem dieser Kreis nur noch die ungefähre Landefläche anzeigt. Wenn wir hier den Abschlag verreißen, kann schon mal ein Zuschauer in Mitleidenschaft gezogen werden. Apropos Zuschauer, hier seht ihr, dass die Menge wirklich auf eure Aktionen reagiert. Tiger Woods platziert den Ball hingegen ganz Gentleman-like sicher auf dem Fairway. Hindernisse wie diesen Baum überlobt ihr, indem ihr den Winkel des Schlägerblattes, links unten eingeblendet, vergrößert. Grafisch spektakulär fallen die lebensnah animierten Sportler aus. Bei den Umgebungen hätten wir uns allerdings etwas mehr Next Gen Flair versprochen. Seid ihr gut vorbereitet, dürft ihr natürlich wieder die Karriereleiter erklimmen oder in der Tiger Challenge Mann gegen Mann antreten. Unter den Kontrahenten finden sich auch so vitale Herren wie dieser junge Mann wieder. Puh, nice play here. Puh, nice play here. Vielen Dank.